Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN-Unterhaltung. Selena Gomez hat sich selbst geheiratet. Adriana Lima feiert mit einem symbolischen Ehring ihr Bekenntnis zu sich selbst. In der Fernsehserie Sex and the City gab sich Hauptfigur Carrie Bradshaw schon 2003 selbst das Ja-Wort. Doch welche Folgen haben Solo-Ehen? Das deutsche Gesetz ist da eindeutig. Während das Internet debattiert, ob der Solo-Gammy-Trend gegen die Stigmatisierung unverheirateter Frauen rebelliert oder überbordenden Nazismus ausdrückt, wirft die Selbstehe rechtliche Fragen auf, was passiert vor dem Gesetz, wenn sich jemand selbst heiratet? Rutscht er in eine günstige Steuerklasse? Oder ist alles nur ein PR-Gag? Das deutsche Gesetz liefert eindeutige Antworten. Solo-Gammy, Selbstehe ist in Deutschland rechelt. Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.